Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Zum Osterfest werden dieser Tage wieder reichlich Eier ins Nest gelegt. Ein Ereignis, das dem BVB immer wieder passiert, wenn auch ungewollt. Hier ist die Top Ten der Eier, die sich unsere Borussen ins eigene Nest gelegt haben. Viel Spaß und frohe Ostern! Musik Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy.